Horoskop für heute, Stier, 30. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Aufgrund des heutigen Venus-Saturn-Quadrats sind andere möglicherweise nicht immer auf derselben Seite wie Sie. Die heutigen Energien haben die Eigenschaft, Problembereiche und Schwachstellen aufzudecken und obwohl dies enttäuschend ist, kann es auch lehrreich sein. Sie können Unsicherheiten hervorrufen und ein schlechtes Timing kann die Folge sein. Dies sind wahrscheinlich keine dauerhaften Blockaden und können sogar hilfreich sein, wenn Sie sie zu produktiven Beschäftigungen umlenken. Es ist an der Zeit, zu beurteilen, was Freude, Wachstum und Verbesserung im Wege steht. Es kann zu einer Enttäuschung oder Verzögerung kommen, aber dadurch können Sie durch einen Schritt zurück und eine Gelegenheit zum Beobachten mehr darüber erfahren, was Sie wirklich brauchen, wollen oder sich wünschen. Überdenken Sie heute Ihre Ziele und Bedürfnisse, um optimale Ergebnisse zu erzielen und versuchen Sie, Verantwortlichkeiten anzugehen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Konzentrieren Sie sich auf grundlegende Dinge, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, um sich von Schuldgefühlen oder Zweifeln zu befreien. Dunkle Wolken ziehen heute wie ein Gewitter auf. Die süße Venus, unser Göttinnenplanet der Liebe und Vereinigung, wird dem eisigen Blick des mächtigen Saturns, des Planeten des großen Zuchtmeisters, ausgesetzt sein. Venus belebt ihr Solarhaus des Reichtums, während Saturn prominent in ihrem Solarhaus der Freude steht. Dies kann andeuten, dass sie und ihr Partner in Bezug auf langfristige Ziele und Reichtum nicht einer Meinung sind, und es könnte Ihre Welt erschüttern. Versuchen Sie, sich von der Frustration zu lösen, damit Sie nicht in Depression, Einsamkeit oder Selbstsabotage versinken. Werden Sie aktiv, um ein klares Verständnis davon zu haben, was Sie tun werden. Nur Sie können in Ihrer beruflichen Situation und in Ihrer Gemeinschaft für Klarheit sorgen, wenn Mars im Krebs Eintreigen zu Neptun im rückläufigen Sternbild Fische bildet. Es könnte in Ihrem Arbeitsleben zu Verwirrung und Illusionen gekommen sein. Es könnte in Ihrer Arbeitsgemeinschaft zu schlechter Kommunikation oder einem Missverständnis gekommen sein. Unabhängig von der Situation müssen Sie derjenige sein, der für Klarheit sorgt. Seien Sie in Ihren Interaktionen am Arbeitsplatz präzise, gründlich und direkt, wenn Sie eine kohärentere Sicht auf Ihre berufliche Gemeinschaft haben möchten. Der Aspekt des Tages hält alle auf Trab, da Dinge zu dieser Zeit nicht so leicht kommuniziert werden können. Wenn etwas durch die Maschen der Kommunikation fällt, geschieht dies wahrscheinlich während dieses Transits. Möglicherweise finden Sie etwas Beunruhigendes in Ihren Freundschaften oder Arbeitsbeziehungen, im Gegensatz zu engen 1 zu 1 Beziehungen. Bleiben Sie auf Kurs, indem Sie sich auf sich selbst und Ihre eigene Gesundheitsvorsorge konzentrieren. Denken Sie daran, auch das wird vorübergehen. Die Schwingungen sind positiv und die Möglichkeiten zahlreich. Sie orchestrieren derzeit Ihre Pläne mit Bravour und Flair und das ist der Schlüssel zu Ihrem Erfolg. Sie kommen in eine Phase der Leistung und diese Zeit wird Ihnen viel Erfolg in Ihrem Liebesleben bringen. In Ihrem Berufsleben werden Sie einen leichten Rückgang der Aktivität spüren, aber aus einem Ausflug mit Freunden könnte eine Romanze entstehen. Ihre Anpassungsfähigkeit wird Ihnen helfen, all dies zu bewältigen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Gerade als Mars seine letzten sieben Tage in Ihrem Kommunikationssektor und seinen Kampf gegen Kommunikationsbarrieren beginnt, erreicht ein freundlicher Aspekt von Neptun in Ihrem Freundschaftssektor seinen Höhepunkt. Da die Sonne in Ihren frühen Tagen in Ihrem Beziehungssektor steht und Merkur, der Planet der Kommunikation, nur noch sechs Tage vom Abschied entfernt ist, aber sowohl Mars als auch Neptun mit beiden Zusammenarbeiten, liegt eine entscheidende Woche an den Fronten der Kommunikation, Freundschaft und Beziehungsbildung vor Ihnen. In der Zwischenzeit hilft der Mond, den Fokus auf die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens zu richten. Da es seit dem Weggang von Sonne und Merkur im letzten Monat keine Planetenaktivität in Ihrem romantischen Sektor gab und der Fokus nun mehr auf Ihren Beziehungen liegt, sind die monatlichen Besuche des Mondes der Schlüssel, um den Geist der Romantik am Leben zu erhalten. Die romantisch aufgeladenen Mondschwingungen von heute verleihen dem Geist der Romantik und des Abenteuers ebenfalls einen Schub, während Mars Krieg gegen Kommunikationsbarrieren an Fahrt aufnimmt. Täglicher Planetenüberblick Heute ist die kosmische Energie so ausgerichtet, dass sie ihre Klarheit, ihren Antrieb und ihre Konzentration unterstützt, da Mars im fürsorglichen Krebs ein Treigen zu Neptun im rückläufigen Sternbild Fische bildet, während Venus im freigeistigen Schützen ein Quadrat zu Saturn im rückläufigen Sternbild Fische bildet. Diese starken planetarischen Einflüsse ermutigen Sie, über Ihre Ziele, Bestrebungen und die Wege nachzudenken, die Sie verfolgen möchten. Angesichts einer so dynamischen Mischung von Energien ist dies ein Tag, an dem Sie einen Schritt zurücktreten, Ihre Optionen sorgfältig abwägen und die Richtung wählen sollten, die Ihnen am meisten zusagt. Vielleicht stehen Sie an einem Scheideweg in einem Bereich wie Liebe, Finanzen oder einer neuen Chance. Die Energie des heutigen Tages gibt Ihnen den Raum, die Möglichkeiten abzuwägen, Ihre Intuition zu erforschen und zu spüren, was Ihr Herz wirklich begehrt. Betrachten Sie es als ein Geschenk der Zeit und der Erkenntnis, eine Einladung, sich auf Ihre innere Führung einzustimmen und das Selbstvertrauen zu finden, Träume in die Realität umzusetzen. Ob Sie sich einen neuen Karriereweg vorstellen, auf eine blühende Beziehung hoffen oder sich ein persönliches Ziel ausmalen, das Universum unterstützt Ihre ersten Schritte nach vorne. Ihre natürliche Gelassenheit und Ruhe werden sich heute auch in Ihren Interaktionen widerspiegeln. Ob bei der Arbeit, mit Freunden oder in Familiengesprächen, Ihre Fähigkeit, Verbindungen herzustellen, sich einzufühlen und zu verhandeln, ist stärker als je zuvor. Die Menschen fühlen sich im Moment ganz natürlich zu Ihnen hingezogen, weil sie eine beruhigende Ruhe und Kompetenz ausstrahlen. Sie werden vielleicht feststellen, dass Diskussionen reibungslos verlaufen und Lösungen leicht gefunden werden, was allen Beteiligten zugute kommt. Wenn Sie in einer Situation sind, in der eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss, werden Sie instinktiv den richtigen Weg kennen. Hatten Sie schon einmal das magische Gefühl, dass alles einfach klickt? Heute könnte einer dieser seltenen Tage sein, an denen sich alles fast mühelos synchron anfühlt. Bei der Arbeit scheinen die Aufgaben wie im Flug zu laufen und Sie können Ihre Verantwortung zielstrebig und entspannt angehen. Ihre Produktivität ist wahrscheinlich höher als sonst und Sie werden vielleicht sogar überrascht sein, wie effizient Sie Ihre Arbeitsbelastung bewältigen. Es ist ein guter Zeitpunkt, diese Bedingungen auszunutzen, denn selten passen Sie so perfekt zusammen. Und wenn Sie ein persönliches Projekt oder ein kreatives Vorhaben vorantreiben, werden Sie vielleicht feststellen, dass Ihnen die Ideen freier kommen und dass sich alle Hürden eher wie Trittsteine denn wie Hindernisse anfühlen. Auch wenn sich alles glatt, aufregend und produktiv anfühlt, gibt es ein kleines Wort der Warnung, Mäßigung. Wenn alles so gut läuft, ist es verlockend, auszugehen, zu protzen oder sich ein bisschen zu viel zu gönnen. Vielleicht ist es ein zusätzlicher Drink mit Freunden, ein ausgedehnter Einkaufsbummel oder einfach, dass man sein Energieniveau ein bisschen zu sehr anstrengt. Wir alle kennen diese Momente, in denen wir alles ausleben, die sich im Moment großartig anfühlten, uns am nächsten Tag aber überfordert zurückließen. Die heutige Botschaft ermutigt Sie, den Genuss zu genießen, ohne ins Übermaß zu verfallen. Genießen Sie es, aber denken Sie daran, dass Ausgewogenheit der Schlüssel zur Aufrechterhaltung dieser wunderbaren Energie ist. Finanziell sieht es heute vielversprechend aus. Ihre Verhandlungsfähigkeiten sind erstklassig und verschaffen Ihnen in jeder Verhandlungssituation einen einzigartigen Vorteil, egal ob Sie etwas Besonderes kaufen, investieren oder einfach nur ein gutes Geschäft machen möchten. Bleiben Sie offen, denn Ihnen stehen möglicherweise mehr Optionen zur Verfügung, als Sie zunächst erwartet haben. Dies ist auch der perfekte Zeitpunkt, um auf neue Leute zuzugehen und Kontakte zu knüpfen. Einige der heute geknüpften Kontakte könnten in der Zukunft von Nutzen sein. Hat sich eine unerwartete Verbindung schon einmal später als etwas Wertvolles herausgestellt? Der heutige Tag birgt dieses Potenzial, also vertrauen Sie Ihrem Instinkt und machen Sie das Beste daraus. Wenn Körper und Geist im Einklang sind, ist dies ein fantastischer Tag, um aktiv zu werden und sich auf Ihr körperliches Wohlbefinden zu konzentrieren. Ihre Energie und Motivation sind möglicherweise hoch und Bewegung kann ein hervorragender Ausgleich sein. Aber denken Sie daran, dass unsere Begeisterung uns manchmal dazu verleiten kann, Dinge zu übertreiben. Hören Sie auf Ihren Körper. Anstrengende Aktivitäten sind wunderbar, aber zu viel Intensität kann zu Burnout oder Rückschlägen führen. Betrachten Sie es als den Aufbau einer Fitnessgewohnheit. Es geht um den Weg, nicht nur um das Ziel.